Mein Name ist Bernd Schulze, ich bin 49 Jahre jung, bin verheiratet mit einer schönen Frau und habe einen wunderbaren Sohn. Beruflich bin ich als Bankkaufmann tätig. Ich bin seit 2019 in der Politik und seit 2023 als stellvertretender Landesvorsitzender der Landesvereinigung der Freien Wähler ehrenamtlich tätig. Mir ist wichtig, dass die Politik sich wieder mehr um die Probleme der Menschen kümmert, statt um den eigenen Machterhalt. Gerade auf kommunaler Ebene ist es entscheidend, dass ideologische Überzeugungen in den Hintergrund treten. Stattdessen muss die Sache selbst unser Handeln bestimmen. Dafür stehe ich. Mein Wunsch an die Erstwähler ist, trefft eure Wahlentscheidung anhand von Wahlprogrammen. Und nun geht wählen und werdet Teil unserer Demokratie. Danke.